In der Petersburger Oper am Marinskaya Platz erreicht Zahnikolaus II. die Nachricht, dass Japan die russische Marinefestung Port Arthur überfallen hat. Es ist die Nacht des 26. Januar 1904. Ein Krieg um Vorherrschaft im pazifischen Raum, um Einflusszonen und Sibiriens fernen Osten hat begonnen. In krasser Selbstüberschätzung hat Russland die sich anbahnende Konfrontation mit dem aggressiven Nachbarn ignoriert. Die russischen Truppen werden überrannt. Petersburg setzt seinen riesigen, doch schwerfälligen Militärapparat in Bewegung. Die Japaner brauchen einen schnellen Sieg, denn die USA haben ihnen einen Teil der Kredite gesperrt, mit denen sie den Krieg finanzierten. Theodor Roosevelt, der amerikanische Präsident, zwingt schließlich die beiden Parteien zum Frieden. Wichtigstes Ergebnis, Russlands Besitzanspruch auf Sibirien wird festgeschrieben. Aus seiner Meinung über die russische Führung macht Roosevelt kein Geheimnis. Der Zar ist eine kleine, groteske Figur. Er war zuerst unfähig, Krieg zu machen, und nun ist er unfähig zum Frieden. Während Sibirien einen gewaltigen Ansturm auf das reiche Ackergebiet im Südwesten erlebt, schlingert die Regierung in St. Petersburg von einer Krise in die nächste. Immer mehr zeigt sich, dass das alte Russland den Problemen eines modernen Staates nicht gewachsen ist. Und die nächste Herausforderung steht vor der Tür. 1905 wird der letzte Abschnitt der Transsibirischen Eisenbahn, die Strecke um den Baikalsee, in Betrieb genommen. Gerade rollten hier noch die Truppen an die japanische Front und brachten die Wände im Krieg. Jetzt wird die Lebensader Sibiriens zum Schauplatz der ersten russischen Revolution. Entlang der ganzen Eisenbahnstrecke breitet sich ein Streik um bessere Lebensbedingungen und mehr demokratische Rechte aus. Im Oktober erfasst er das ganze Land. Die Eisenbahnstation Taiga. Seit Tagen geht hier kein Zug mehr. Schließlich fordern die Arbeiter sogar die Abdankung des Zaren. Während die Regierung noch demokratische Freiheiten verspricht, setzt sie gleichzeitig Militär in Marsch. Die Eisenbahnschule von Tomsk ist eine Zentrale des Streiks. Von hier aus ergehen die Anweisungen nach Taiga. Hier will die Regierung einen Kopf des Aufstandes treffen und ein blutiges Exempel statuieren. Unter den anfeuernden Rufen der besseren Bürger geht das Pogrom von Tomsk in die russische Geschichte ein. Auch im berüchtigten Gefängnis von Tobolsk wird gegen die unmenschlichen Lebensbedingungen revoltiert. Jeder 40. Erwachsene Russlands sitzt zu dieser Zeit hinter Gittern. 1907 machten hier im Tobolsker Gefängnis elf Häftlinge einen Aufstand. Dafür wurden sie natürlich zum Tode verurteilt. Die meisten von denen waren aus Lettland. Im Gefängnishof hatte man eine Galgen gebaut. Während der Hinrichtung trat dann einer der elf, er hieß Schawranski, an den Galgen heran, umarmte ihn und sagte freundlich, endlich mein Liebchen, haben wir uns getroffen. Das heißt, er hatte das Gefängnis so satt, dass er sich auf seinen Tod freute. Bei der Hinrichtung musste natürlich auch der Gefängnisarzt anwesend sein. Die Szene erschütterte ihn so sehr, dass er ohnmächtig wurde und am nächsten Tag seinen Abschied nahm. Drei Menschen von über 30.000, die in den Jahren zwischen 1905 und 1912 in den Gefängnissen Russlands sterben. Das Stahlwerk Mascharov in Tiumen. Als im August 1908 der Arbeiter Ustjushaninov tödlich verunglückt, liegt auf seinem Sarg ein Kranz mit den Worten, dem Opfer des Kapitals. Die Beerdigung wird zur politischen Demonstration gegen den Fabrikbesitzer Mascharov. Er selbst kam eigentlich aus einer Bauernfamilie. In seiner Familie gab es zuvor keine Industriellen. Aber er war ein echter sibirischer Unternehmer. Es kam natürlich hinzu, dass seine Frau eine große Mitgibt in die Ehe brachte. Als 1892 mein Urgroßvater Peter Gilev starb, haben sich die beiden Industriellen vereinigt. Es gab zwar Kupfer- und Roheisengießereien in Svetlowsk und Umgebung, überhaupt gab es genug Rohstoffe. Doch der Bedarf war ungeheuer groß. Und um mehr produzieren zu können, vereinigten sich die sieben Großbetriebe in Tiumen zu Mascharov und Co. Unter dem Druck der Belegschaft zahlt Mascharov der Familie des Opfers eine Entschädigung. Er verspricht höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Das Stahlwerk profitiert vom enormen Aufschwung der Wirtschaft seit dem Eisenbahnbau. Die Metallwaren seiner Fabrik werden in ganz Sibirien gehandelt und finden reißend Absatz. Entsprechend expandiert Mascharovs Betrieb. In Brüssel bekommt er 1905 für seine Produkte sogar eine Goldmedaille. Niemals zuvor war Sibirien näher an Europa als in jener Zeit. Viele der Mascharovschen Produkte findet man in den sibirischen Museen. Der Betrieb arbeitet heute noch in Tiumen. Es ist die Zeit, in der die Bevölkerung Sibiriens rapide wächst. Über 700.000 Menschen im Jahr. Wie die meisten sibirischen Städte hat Tomsk zu dieser Zeit noch keine gepflasterten Straßen. Doch neben den Schlammpisten erheben sich prächtige Steinhäuser, flanieren Bürger auf Bretterstegen, informieren sich an Litfaßsäulen über das öffentliche Leben, sind Käufer auf der Suche neuen Waren. Auf einem Foto präsentiert sich das größte Kaufhaus in Tomsk und mit ihm voller Stolz die bessere Gesellschaft. Es ist ein Bild voller Genugtuung über das, was man erreicht hat. Wo so viel Reichtum ist, sind Räuber nicht weit. Es gab sie schon immer in Sibirien. Doch bei Eisenbahn bekommen sie neue Möglichkeiten. Die 250 Mann der Bande Anaschwili operieren über viele Jahre zwischen dem Ural und Wladivostok. Zugüberfälle, Einbrüche in Minentresore, Postkutschen. Es gelingt ihnen einfach alles. Dass ein Kommando der Moskauer politischen Polizei sie schließlich kriegt, verdankt man einem Zufall. Rein zufällig bemerkte die Ortspolizei in einer der Kneipen in Berchniudinsk ein Bandenmitglied. Fünf Polizisten und einige Helfer wollten die Banditen in ihrer Wohnung sozusagen auf frischer Tat überraschen. Sie dachten es mit drei oder vier Banditen zu tun zu haben. Es waren aber acht und alle bewaffnet. Sobald die Polizisten das Haus betraten, begann hier mitten in der Stadt eine wilde Schießerei. Zurück blieben drei tote Polizisten und zwei schwer Verwundete. Die Banditen konnten entkommen. Nur einer wurde erschossen. In seiner Tasche fand man einige Papiere, die auf Kontaktleute in Irkutsk hinwiesen. Die Bandenmitglieder bekommen langjährige Gefängnisstrafen. Ihr Kopf, Anashvili, bekommt drei Jahre. Man kann oder will ihm nichts nachweisen. Vielleicht ist einer in dieser honorigen Gesellschaft zumindest der Sohn eines Räubers. Jedenfalls erzählt man sich in Westsibirien viele Geschichten wie der Kurt Jérin und die dunklen Ursprünge ihres Vermögens. Doch der junge Kurt Jérin hat offensichtlich ein Herz für Studenten und schafft sich damit ein kleines, ungewöhnliches Denkmal in der Geschichte. Die Mitglieder des Fliegervereins beschlossen, dieses Flugzeug zu kaufen, aber sie hatten kein Geld. Es kostete immerhin ein paar tausend Rubel. Da gingen die Studenten, die sind ja ein findiges und geschicktes Volk, zu Kurt Jérin. Sie haben ihn in ein Restaurant eingeladen und betrunken gemacht. Und er gab ihnen dann das Geld. Davon kauften sie dann das Flugzeug. Es war das erste Flugzeug, das über Sibirien flog. Aus diesem Club kamen später viele berühmte Piloten hervor. Es ist ein buntes Leben in Sibirien. Das Flugzeug gehört eigentlich dem deutschen Architekten Langer, der es von einer Reise aus Paris mitbrachte. Als seine Frau es sah, fiel sie zuerst in Ohnmacht und verbot ihm anschließend das Fliegen. Glück für die Studenten in Tomsk. Sie sehen als erste Menschen Sibirien von oben. Die Welt weiss wenig über die Stadt. Das weite Land. Doch Sibirien hat sich mit einem Donnerschlag in das Bewusstsein der Metropolen gebracht. Am 30. Juni 1908 verwüstet der Tunguska-Meteorit 2000 Quadratkilometer Land. Niemand weiss damals, was es gewesen sein könnte. Doch eines spürt man. Es ist der Vorbote einer unruhigen Zeit. In Sibirien werden immer mehr Goldvorkommen entdeckt. Besonders ergiebig sind die Minen an der Lena. Eigentümer der Minen ist Lehn Solothor. Hinter der Firma stecken reiche Petersburger Geschäftsleute, die Zarenfamilie und englisches Kapital. Die Beschwerden der Minenarbeiter über die unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen werden immer wieder ignoriert. Anfang 1912 spitzt sich die Situation zu. Als es im Februar zum Streik kommt, lässt der Hauptmann Treschenko das Feuer auf die demonstrierenden Arbeiter eröffnen. Zurück bleiben 250 Tote. Das Massaker lässt Russland fortan nicht mehr zur Ruhe kommen. Mit dem Ersten Weltkrieg bekommt das zaristische System im ersten patriotischen Taumel noch einmal etwas Luft. Russlands und auch Sibiriens Regimenter marschieren nach Westen. Doch die soziale Situation im Land, besonders in den Städten des europäischen Russlands, verschärft sich immer mehr. Einhellig ist die politische Klasse für die Abschaffung der Monarchie. Von dem Danach und Wohin sind die Vorstellungen eher vage. Doch nicht bei den Bolschewiki, unter ihrem gerade aus dem Exil zurückgekehrten Führer Lenin. Sie bekommen bei den Wahlen im November 1917 zwar gerade einmal 10% der Stimmen. Aber sie wollen die Macht. Sie wollen eine radikale Revolution. In St. Petersburg übernehmen Arbeiter und Matrosen, schließlich unter Führung der Bolschewiki, die Initiative. Der Panzerkreuzer Aurora gibt das Zeichen für die Erstürmung des Winterpalais. Was hier noch theatralisch inszeniert ist, wird zu einem langen und blutigen Bürgerkrieg. Die von der Front zurückflutenden, kriegsmüden Truppen verbrüdern sich mal mit der roten Seite, den Bolschewiki, mal mit der weißen Seite, den Monarchisten und vor allem mit den Sozialdemokraten. Der Riss geht durch das ganze Land, durch jede Familie. Nach Sibirien kommt die Revolution langsam. Der überwiegende Teil der Bevölkerung sind Bauern und Kosaken. Viele davon leben in der Tradition ihrer Vorfahren für Zar und Vaterland. Im Großen und Ganzen waren die Kosaken auf der weißen Seite. Warum? Die Kosaken trugen eine schwere Last durch ihre Militärpflicht. Wenn der Kosak zur Armee ging, musste er ein Pferd, Uniform, Säbel und die gesamte Ausrüstung selbst mitbringen. Und um das alles kaufen zu können, mussten sie mehr Land bearbeiten. Sie bekamen dafür auch mehr Land als andere Bauern. Je schwerer diese Arbeit war, desto größer war auch das Ackerland, das man ihnen gab. Eine soziale Revolution mit Gleichheit für alle bedeutete aber, dass die Kosaken Land abgeben mussten. Das führte zwangsläufig zum Konflikt zwischen Kosaken und Bauern. Im Bürgerkrieg spielen die wendigen und schnellen Kosaken-Einheiten eine wichtige Rolle. Immerhin gibt es in Sibirien über eine halbe Million Kosaken. Die Kriegswirren sind ein Spielfeld für Abenteurer und Banditen, wie General Kornilov oder den Ataman Semyonov. Überall, wo sie auftauchen, wird geplündert und terrorisiert. Wobei der rote Terror ihnen in nichts nachsteht. Svetlov, einer der führenden Bolschewiki, gibt sogar den Befehl zur physischen Vernichtung des Kosakenstandes. Russland ist außer Kontrolle. Millionen sind auf der Flucht. Sibirien ist auseinandergebrochen. Allein 18 Regierungen zählt das weite Land. Darunter treten auch einige für die Unabhängigkeit von Russland ein. Besonders die Bauern trifft es hart. Schuld daran ist eine Erfindung der Bolschewiki. Der sogenannte Kriegskommunismus. Seit April 1918 ziehen spezielle Greiftrupps durch die Dörfer. Auf der Suche nach Lebensmitteln für die hungernden Städte. Sibirien muss beide Kriegsparteien versorgen. Rücksichtslos wird es ausgepresst und schließlich auch. Als die Lieferungen schleppender kommen, reist der gefürchtete Chef der Tcheka, Felix Dzerzhinsky, nach Sibirien. Danach liefern seine Sonderbataillone wieder pünktlich. Die Bauern haben kein Saatgetreide mehr. Das Vieh ist beschlagnahm. Voller Wut zünden sie ihre Felder an, werden zu Banditen. So haben sie sich die neue Macht nicht vorgestellt. Die Menschen Sibiriens machen im ständigen Hin und Her der radikal auf Machterhalt orientierten Politik Erfahrungen, die sie die nächsten Jahrzehnte nicht mehr vergessen werden. Sie sind zum Spielball geworden. Das Land, worauf sie stehen und bearbeiten, von dem sie leben, gehört ihnen nicht mehr. Was heute noch richtig ist, kann morgen schon tödlich sein. Die radikalen Enteignungen der Bolschewiki verschrecken besonders das Bürgertum. In der Folge bricht die Produktion immer mehr zusammen. Vor der allgemeinen Anarchie flüchten viele ins Ausland. Auch der Fabrikbesitzer Mascharov verlässt in jenen Wochen sein Werk in Tjumen. In den Wirren dieser Zeit verliert sich seine Spur. Während die Flüchtlingsschiffe Russland verlassen, kommt ihnen eine Armada internationaler Kriegsschiffe entgegen. Im März 1918 landen britische und französische Interventionstruppen in Murmansk. Am 5. April die Japaner in Wladivostok. Die Begründung der Invasoren ist schwammig. Sprechen sie doch von der Wiederherstellung der Demokratie in Russland. Der eigentliche Grund ist handfester. Die Sicherung ihrer wirtschaftlichen Interessen. Die Bolschewiki haben radikal allen kapitalistischen Besitz enteignet und verweigern die Anerkennung der beträchtlichen russischen Auslandsschulden. Allein die USA haben 1916 noch über 120 Millionen Dollar in Sibirien investiert. Es ist eine nie zuvor dagewesene Einigkeit in der Besetzung eines Landes. Und jeder versucht daran teilzunehmen. Sogar die Italiener schicken Soldaten nach Wladivostok. Japan rückt so massiv mit Truppen an, dass auch die Amerikaner in Sibirien Position beziehen. Hier General Morrow vor der Kamera des Signalkorps der US Army. Der amerikanische Kriegsminister warnt den Oberkommandierenden General Graves, sie werden auf Eiern laufen, die mit Dynamit gefüllt sind. Am 2. August erhalten die 8000 Soldaten der 8. Division in Camp Fremont, Kalifornien, ihren Marschbefehl, um die japanischen Truppen wenigstens symbolisch zu kontrollieren. Japan nutzt die Schwäche Russlands, um endlich die Ziele von 1905 zu realisieren. Anfang 1919 sind bereits rund 150.000 Soldaten in den Gebieten entlang der Eisenbahn bis zum Baikalsee stationiert. Ostsibirien gehört damit praktisch den Japanern. Eine Sonderrolle kommt der sogenannten Tschechischen Legion zu. Über 45.000 Kriegsgefangene der österreichisch-ungarischen Armee werden von den Japanern wieder bewaffnet und stehen zwischen den roten Arbeiterregimentern und der zarentreuen Armee. Sie halten Sibiriens Lebensader, die Eisenbahnlinie, besetzt und sind damit das Zünglein an der Waage des Kriegsglücks. Faustpfand der Legion ist ein erbeuteter Panzerzug mit dem Staatsschatz des Zaren, der schwer bewacht im sibirischen Omsk steht. In den großen Städten Westrusslands hat die bolschewistische Revolution gesiegt. Auf dem Land haben die Revolutionäre weniger Erfolg. Als Führer der Roten Armee mobilisiert Leo Trotzki Menschen und Material, um den kommenden Sturm zu überlegen. Mittlerweile marschieren an allen Fronten die weißen Armeen auf, um der Revolution das Ende zu bereiten. Zar Nikolaus II. hat bereits vor der Revolution im März zugunsten seines Bruders Michael verzichtet. Doch auch dieser will nicht auf den Thron. Die Monarchie hat damit abgedankt. Sie hat sich davongeschlichen. Nach der Machtergreifung durch die Bolschewisten wird die Zarenfamilie verhaftet und nach Tobolsk in die alte Hauptstadt Sibiriens gebracht. Von dort geht es später nach Yekaterinenburg am Ural. Das Haus des Kaufmanns Ipatjev, letzter Aufenthaltsort der Zarenfamilie. Die Bolschewiki fürchten eine Befreiungsaktion der tschechischen Legion. In der Nacht vom 16. zum 17. Juli 1918 erschießt ein Kommando der Bewacher die gesamte Familie. Acht Tage später fällt Yekaterinenburg tatsächlich in die Hand der Legion. Im November 1918 erklärt Admiral Kolchak sich zum Reichsverweser Russlands. Als erstes erkennt Kolchak die Auslandsschulden Russlands an und bekommt dadurch die massive Unterstützung der Alliierten. Außerdem fällt ihm die Hälfte des russischen Staatsschatzes in die Hände. Diese Bilder sind jetzt zufällig in einem amerikanischen Archiv gefunden worden. Omsk ist Kolchaks Hauptquartier. Von hier aus planen die Generäle die Entscheidungsschlacht gegen die Bolschewiki. Auf einer Breite von 2000 Kilometern stehen rund 400.000 Soldaten zum Sturm bereit. Im März 1919 gehen sie zum Angriff über und erreichen innerhalb eines Monats die Volga. Die Rote Armee mobilisiert alle Kräfte und formiert sich unter dem Oberkommando von Frunsen. Als sie Ende April losschlagen, marschieren die revolutionären Truppen von Sieg zu Sieg. Fast zu einfach. Doch Kolchaks Regime hat sich als unfähig zur Lösung der Probleme des Landes gezeigt. Der Terror seiner Vasallen hat viele zum Feind gemacht. Russland ist kriegsmüde. Im November ist die militärische Niederlage Kolchaks komplett. Omsk und mit ihm sein Hauptquartier fallen ohne große Kämpfe an die Rote Armee. Kolchak ist orientierungslos, begibt sich zur tschechischen Legion. Genau in diesem Moment wird er wieder zur Marionette in einem neuen Spiel. Die Soldaten der Legion wollen nach Hause. Noch hat sie den größten Teil des Zarenschatzes als Pfand für die Reise. Der französische General Jarmain nimmt im Auftrag der Legion Verhandlungen mit dem Bolschewiki in Irkutsk auf. Freier Abzug der Tschechen gegen das Gold. Auch Kolchak gehört mit in die Verhandlungsmasse als Transitpassagier. Die Gelegenheit ist günstig, den ehemals so willkommenen Admiral loszuwerden. Als Zeichen des guten Willens übergibt Unterhändler Jarmain Kolchak an die Bolschewiki als Gefangenen. Im Irkutsker Gefängnis wird er verhört. Auf die Frage, waren Sie Monarchist, antwortet er. Ja, ich war Monarchist. Aber es gab ja keinen anderen Weg. In den Morgenstunden des 7. Februar 1920 wird Kolchak erschossen und in die Angara geworfen. Die Legion übergibt 18 Waggons voller Gold an das Irkutsker Revolutionskomitee und reist Richtung Heimat. Zugleich verlassen im Frühjahr 1920 die USA und die anderen Truppen Sibirien, bis auf die Japaner. Der Bürgerkrieg ist jedoch praktisch entschieden. Jeder wollte dabei sein. Erreicht haben sie nichts. In Russland aber wirkt das Trauma dieser Intervention bis heute nach. Ein Ergebnis der Intervention ist allerdings auch klar. Die Amerikaner sehen sich in zunehmender Konfrontation mit Japan. Denn das will sich in Sibirien auf Dauer einrichten. Hatten die Japaner mit Hilfe der hochgerüsteten tschechischen Legion anfangs die transsibirische Eisenbahn besetzt, so übernehmen sie jetzt selbst das Kommando entlang der Transsib. Ihre Grausamkeit gegenüber der Zivilbevölkerung ist berüchtigt. Und als bei einem Aufstand in Nikolajewsk die Garnison niedergemacht wird, erschießen sie zur Abschreckung ein paar hundert Menschen und besetzen Nordsachalin. Der Griff nach den Bodenschätzen Sibiriens, aber auch der besetzten Manchurei ist unverhüllt und brutal. Für die Sowjetregierung unter Führung Lenins ist die japanische Frage ein großes Problem. Im Westen befindet sie sich im Krieg mit Polen. Noch einen Krieg, den gegen Japan kann sie sich nicht leisten. Da lanciert Lenin über die lokalen sibirischen Sowjets die Idee eines Pufferstaates, die fernöstliche Republik. Sie wird im April 1920 gegründet und ihre Regierung sofort durch Moskau anerkannt. Auch die Japaner akzeptieren, wenngleich mit politischen Winkelzügen und gegen den Protest der USA. Doch noch sind sie in einem Teil Sibiriens die Machthaber. Gleichzeitig lässt Lenin eine revolutionäre Volksarmee zur Eroberung der verlorenen Gebiete gründen, denn faktisch beschränkt sich die Neue Republik nur auf das Baikalgebiet. Die sibirischen Partisanen beginnen einen hartnäckigen Kampf gegen die Japaner. Einer der legendären Führer ist der Anarchist Karandashvili. Ein Begleiter berichtet über einen scheinbar aussichtslosen Kampf. In diesem Moment erschien hinter dem Wall die Figur von Karandashvili. Mit dem entblößten Säbel stürzte sich der furchtlose Kommandeur dem Feind entgegen. Und die Partisanen gingen zum Sturm über. Der Widerstand der Japaner brach zusammen. Neben Ataman Semyonov hat sich an der Grenze zur Mongolei noch ein anderer Abenteurer mit seinen Reitern festgesetzt. Wie zu Zeiten Genghis Khans zieht Baron von Ungarn-Sternberg plündernd mit mongolischen Reitern und einer Kosakeneinheit in der Steppe der Mongolei und Bojaziens herum. Ungarn-Sternberg. Seine Blutgier ist berüchtigt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht oder seines Wahnsinns ruft er sich zum Herrscher der Mongolei aus und legt sich den Titel Wahn zu. Ein Spielfilm aus den 30er Jahren gibt einen Eindruck von der Person des größenwahnsinnigen Barons. Auf dem Höhepunkt seiner Macht. Bei einem Angriff auf die Handelsstadt Kjarta wird er von der Kavaleriebrigade des Generals Rokossovsky gefangen, kurz darauf zum Tode verurteilt und erschossen. In Sibirien gibt es inzwischen eine wichtige militärische Entwicklung. Zug um Zug befreit die revolutionäre Volksarmee die fernöstliche Republik von den Resten der zaristischen Armeen, den Freischärlern und auch den Japanern. Im Februar 1922 wird nach heftigen Kämpfen Khabarovsk befreit. Die Volksarmee steht unter dem Kommando von Vassili Blücher, einem äußerst erfolgreichen und populären General. Blücher im befreiten Khabarovsk. Die Japaner und ihre Verbündeten müssen eine Niederlage nach der anderen einstecken. Auf der Marinekonferenz in Washington verzichtet schließlich Japan, auch unter Druck der USA, erneut auf alle Gebietsansprüche in Sibirien. Das Gleichgewicht im fernen Osten ist vorerst wiederhergestellt. Kurz nach der Befreiung von Wladivostok verkündet die fernöstliche Republik ihren Anschluss an die Sowjetunion. Als untrennbarer Bestandteil. Die japanischen Truppen ziehen sich vom Gebiet der Sowjetunion zurück, halten jedoch Korea und Teile Chinas weiterhin besetzt. Der begehrliche Blick auf Sibirien bleibt. Die Bilanz nach vier Jahren Bürgerkrieg ist katastrophal. Sieben Millionen Tote, zehntausende zerstörter Bauernhöfe, Millionen sind entwurzelt und leben irgendwo in Elendsquartieren. Die Industrieproduktion ist fast zum Stillstand gekommen. Das rohstoffreichste Land der Welt kann seinen Bedarf an Eisen und Stahl gerade noch zu sechs Prozent decken. Die landwirtschaftliche Produktion schafft nicht einmal mehr ein Minimum. Das Land hungert. Die Kosakenfamilie Kiryakin steht für das Leben von hunderttausenden russischen und sibirischen Bauern und Kosaken, die plötzlich zwischen die Mühlsteine der Geschichte geraten. Die Familie lebt seit 200 Jahren in Sibirien. Der Bürgerkrieg nimmt ihnen alles und gibt ihnen die Sowjets. Kiryakin sympathisiert mit den Roten und der neuen ökonomischen Politik, die auf den Kriegskommunismus folgt. Lenin hatte verstanden, dass die Verhältnisse für die Bauern schwierig waren und sie gegen dieses Abgabensystem sein mussten. Darum tauschte er das alte Steuersystem gegen ein neues aus. Für den Bauern blieb so unterm Strich etwas übrig, das er auf dem Markt verkaufen konnte. Zum höheren Marktpreis natürlich, nicht zum festgesetzten staatlichen Preis. Das war eben die Nöpp-Periode. Eigentlich hat man in dieser Periode eine bauernfreundliche Politik betrieben. Sie sollten die Herden vergrößern. Es gab Prämien für die Zucht guter Tiere. Auf vielen Versammlungen wurden die Bauern immer wieder ermutigt, für diese Politik und letztlich ihren Besitz zu arbeiten. Und mein Vater machte da natürlich mit. Mit der Verkündung der NÖP, der neuen ökonomischen Politik, lässt man den sibirischen Bauern zwar relativ freie Hand, doch gleichzeitig belastet man sie mit drastischen Abgaben, die doppelt so hoch sind wie im westlichen Teil der Sowjetunion. Trotzdem ist es eine gute Zeit. Das Land erholt sich vom Bürgerkrieg. Man beginnt wieder zu leben. Es lohnt sich wieder zu arbeiten. Diese Zeit gibt dem ganzen Land einen enormen Aufschwung. Es gibt Geld und die Geschäfte sind wieder voll. Wenn die Bolschewiki das meinen, dann können sie bleiben, denken viele. Werden Werden Lenins Idee einer neuen Gesellschaft mobilisiert immer mehr das Land. Es ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Eine Demonstration zum 1. Mai in Novosibirsk. Der amerikanische Schriftsteller Lincoln Stephens schreibt nach einem Besuch voller Enthusiasmus, ich habe die Zukunft gesehen und sie funktioniert. Längst sind nicht alle Probleme gelöst, weder die politischen noch die wirtschaftlichen. Novosibirsk, damals und heute. Zurück nach Moskau 1923. Dort ist der Kampf um die Nachfolge des schwerkranken Lenin ausgebrochen. Nach der Macht greift ein Mann namens Stalin, von dem der Kosakenschlechter Sverdlov sagt, der Genosse, mit dem ich hier bin, ist unfähig zu einer persönlichen Beziehung. Wir haben aufgehört, miteinander zu sprechen. Am 21. Januar 1924 wird Lenins Sarg durch Moskau getragen. Zehntausende werfen einen letzten Blick auf den großen Führer. Seine politische Gefolgschaft steht neben dem Sarg, als wollten sie um die Nachfolge würfeln. Krupskaya, Lenins Frau. Felix Dzerzhinsky. Neben dem Sarg, Josef Stalin, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei und zukünftige starke Mann der Sowjetunion. Er kennt Sibirien aus der Zeit der Verbannung und Untergrundarbeit, als er noch als Bankräuber für die Parteikasse unterwegs war. Sibirien zählt elf Millionen Menschen, darunter 800.000 Angehörige der Völker. Eines der ersten politischen Programme Lenins war im November 1917 die Deklaration über die Rechte der Völker Russlands. Darin wird ihnen das Recht auf Selbstbestimmung und selbstständige Staatenbildung zugestanden. Natürlich unter der Führung Moskaus. Die großen Völker der Burjaten und Yakuten streben allerdings vollständige Unabhängigkeit von Moskau an und befinden sich damit im offenen Konflikt mit der neuen Macht. Gleich nach der Revolution im Jahr 1918 begann man die jakutische Intelligenz zu verfolgen. Endlich war der Zar weg und die Yakuten glaubten, dass sie nach der Revolution Freiheit und Gleichberechtigung bekommen. Doch es gab keine Freiheit. Es kam der Kriegskommunismus. Die Yakuten begannen zu begreifen, dass die Freiheit nicht kommen wird und fingen an, Widerstand zu leisten. In der Revolution von 1905 hatten sie ja schon gelernt, dass man der Unterdrückung widerstehen kann, indem man sich zusammenschließt und organisiert. Jetzt kamen die Russen und die jakutische Intelligenz widersetzte sich. Sie begann Politik zu machen, zum Beispiel den Unterricht in der Muttersprache. Man wollte die jakutische Sprache zur Staatssprache der Verwaltung machen. Das wurde aber als antirussischer Nationalismus verfolgt. Die Yakuten und Burjaten leisten offenen Widerstand gegen die Sowjetmacht, der nach immer wieder aufflackernden Revolten erst Ende der 20er Jahre aufhört. Um den Völkern die kommunistische Idee nahe zu bringen, ziehen junge Komsomolzen wie die Mönche zur Zeit der Christianisierung in die Wildnis. Es geht um die radikale Umgestaltung der Gesellschaft und die Schaffung des neuen Menschen. Das sogenannte Nordkomitee arbeitet seit 1924. Sein Ziel ist die Umgestaltung, also die Zerstörung der traditionellen Lebensweise. Die revolutionären Romantiker übersehen dabei allerdings, dass Kühe in Jakutien kaum Chancen auf Grünfutter haben. Es sind Propagandabilder. Doch so oder so ähnlich werden die Bauern auf die ersten Traktoren gesehen haben. Die Idee der neuen Gesellschaft stellt sich als durchaus praktisch, vor allem machbar dar. Nowosibirsk meldet nach Moskau sogar den Bau eines sowjetischen Butterbetriebes. Man will an die alte Tradition anknüpfen, als sibirische Butter im Westen noch in jedem Feinschmeckergeschäft lag. April 1927. Der vierte Sowjetkongress beschließt seinen ersten Fünfjahrplan. Sibirien braucht Verkehrswege und Schwerindustrie. Unter großem Einsatz entsteht die Eisenbahn zwischen Alma-Ata und der Transsib, die sogenannte Turk-Sib. Zugleich werden in Magnitogorsk und in Kuznetzk gigantische Schwerindustriekomplexe gebaut. Sibirien braucht Stahl. Stahl für den Aufbau und Stahl für Waffen, um sich selbst verteidigen zu können. In Moskau fordert Stalin eine Steigerung des Industrialisierungstempos durch Einsatz von Technik und Spezialisten. Er verlangt ein den Bolschewiki eigenes Tempo. Bereits am 1. Mai 1930 fährt die Turk-Sib. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er verlangt ein den Bolscherischen Schwerindustriekomplexe und Schwerindustriekomplexe und Schwerindustriekomplexe. Im Juni 1929 wird das Stahlkombinat Kuznetsk gegründet. Die Entscheidung für den Standort fällt wegen des dort vorhandenen mächtigen Steinkohlevorkommens. Bereits 1771 wurde hier die erste Eisengießerei gegründet. 1913 gab es eine Konzession für den Unternehmer Trepov. Nach der Revolution wird er von den Bolschewisten erschossen. Seine Pläne jedoch werden genauso umgesetzt. Die Menschen werden wie magnetisch von den Riesenbaustellen der Stahlwerke nach Sibirien gezogen. Hat die Verbannung der Zarenzeit immer wieder zehntausende Menschen nach Sibirien gebracht, so fehlt noch hunderttausende für ein blühendes Land. Die Industriekampagne der Kommunisten schafft jetzt einen Anfang. 1930 wird Magnitogorsk gegründet. Sieben Jahre später werden hier bereits in vier Hochöfen über zwei Millionen Tonnen Eisenerz geschmolzen. Mit 40.000 Mann Belegschaft ist es das größte Stahlwerk der Welt. Ein Jahr später kommt Voroshilov, der Oberkommandierende der Armee. Sibirien wird sich bald selbst verteidigen können, mit eigenen Waffen und eigenen Soldaten. Die Sowjetführung hat ein intensives Interesse an Sibirien. Fast alle waren als Verbande hier und kennen so auch die Probleme. Deutlich sehen sie, dass Sibirien Menschen braucht, um Verkehr und Wirtschaft aufzubauen. Rohstoffe hat das Land in fantastischer Menge. Es fehlen aber die Menschen, die sie fördern und verarbeiten können. Magnitogorsk und Kuznetzk werden zu Symbolen des kommunistischen Aufbruchs. Ihr Eisen ist Schwert und Pflug für die Zukunft einer neuen Gesellschaft. Der Amur. Seit dem 17. Jahrhundert die Grenze zwischen China und Russland. Zur Ruhe gekommen ist diese Grenze nie. Jetzt spielt auf der anderen Seite Japan mit, dem der Ausbau der Eisenbahnen, zugleich die Entwicklung der Schwerindustrie und das Anwachsen der Bevölkerung in Sibirien nicht gefällt. Im Juli 1929 besetzen die Chinesen die Ostchinesische Eisenbahn, die mit russischen Geldern gebaut, bis dahin gemeinsam verwaltet wurde. In einem schnellen Feldzug entscheidet General Blücher die Auseinandersetzung. Ein richtiger Krieg ist es nicht. Doch wieder ein Nadelstich in die ungedeckte Flanke Sibiriens. 1928 gibt Moskau das Gebiet von Birobidzjan für die jüdische Kolonisation frei. Zwischen 1928 und 1938 siedeln über 43.000 Juden in der Region. Gedacht ist sie zum einen als Heimat für die russischen Juden, fernab der politischen und kulturellen Zentren, zum anderen auch als Schutz der langen Amur-Grenze zu China. Ein Judenstaat als Pufferzone. In Moskau spekuliert man auch auf die Unterstützung der westlichen Intelligenz und die Anerkennung der Sowjetunion durch die USA. Als 1934 die jüdische Autonome Republik gegründet wird, kommen Einwanderer aus den USA, aus Litauen, Südamerika, sogar aus Palästina. Es ist der erste jüdische Staat, der hier entsteht. Von den Einwanderern wird allerdings keiner die stalinischen Säuberungen der 30er Jahre überlegen. Stalin macht Politik ohne Rücksicht auf Verluste. Seit Mitte der 20er Jahre werden die Bauern zwangsweise kollektiviert. Es kommt zu solchen Exzessen, dass Stalin den Eifer seiner Helfer sogar drosseln muss, um die Lebensmittelversorgung aufrecht zu erhalten. Unter dem Druck von Geheimpolizei und örtlichen Behörden gelingt es trotzdem in kurzer Zeit, alle Bauern zu kollektivieren. Die Produktion fällt auf ein Viertel zurück. Denn es trifft die fleißigen Bauern. Die, die sich der neuen ökonomischen Politik verschrieben hatten. Die Enteignung ging so vor sich. Man zwang die Bauern, höhere Steuern zu zahlen. Das hieß, noch größere Mengen abzuliefern. Der Bauer lieferte. Dann sagte man einfach, er soll noch mehr abliefern. Das war natürlich schwer. Demjenigen, der dann diese zusätzliche Steuer nicht abliefern konnte oder sich weigerte, den machte man einfach dafür verantwortlich, dass die Brotfabrik nicht richtig arbeiten konnte. Und er wurde als Kulak bezeichnet. Auch meinem Vater erging es so. Er erfüllte seine Pflicht in der vorgegebenen Zeit. Sein Foto war sogar als Vorbild auf der Wandtafel. Doch zusätzliche Steuern konnte er nicht liefern. Darum entzogen sie ihm als erstes das Wahlrecht. Die radikale Umgestaltung der Gesellschaft macht auch vor den sibirischen Völkern nicht Halt. Für die seit Menschengedenken in Familienclans zusammenlebenden Nomaden ist die Vorstellung plötzlich, ohne die eigene Herde zu leben und unter fremder Kontrolle in Kolchosen zu arbeiten, ein Bruch in ihrer Welt. Die Weite der Taiga und Tundra gibt ihnen aber auch die Möglichkeit, auszuweichen. Manchmal gab es Probleme mit den Wölfen und mein Vater verlor ein paar Tiere. Er bekam dafür eine hohe Strafe, die er nicht bezahlen konnte. Dann nahm er seine Rentiere und ging weg. Er ging einfach in die Taiga, flüchtete. Na dann lebten wir so, ohne zu einer Kolchose zu gehören. Wir lebten in einer Goldgräbersiedlung zusammen mit den Russen. Vater ging zur Jagd und wir hatten unsere eigenen Rentiere. Die meisten Evenken wurden kollektiviert. Man zwang sie, den Kolchosen beizutreten und dann wohnten sie irgendwo zusammen. Es gab aber auch viele Evenken, die so lebten wie unsere Familie. Galinas Vater zieht wieder in das weite Land, ohne Herren über sich. Um gegen die Kollektivierung ihrer Herden zu protestieren, schlachten viele Nomaden die Tiere. Es ist ein Adalas für die sibirische Lebensmittelversorgung, der erst Ende der 50er Jahre einigermaßen wieder aufgeholt sein wird. Russland hat viele Völker, Kulturen und viele Religionen. Gerade die Religion ist für die Kommunisten, wie sie sagen, Opium für das Volk. Kaum ist die Macht sicher, beginnen sie mit der Verfolgung jeglicher Religionsausübung und der Zerstörung der heiligen Städten. Einhergehend damit setzt eine massive Russifizierung ein. Zerstörung ist die Musik von der Zerstörung in der Zerstörung in der Zerstörung in der Zerstörung. Ich bin zusammen mit den Russen im Dorf aufgewachsen und da war niemals ein Problem. Alle meine Freunde waren Russen. Wir saßen gemeinsam auf der Schulbank. Man hat sich sogar verliebt. Wir lebten einfach gut zusammen. Die Russifizierung fing dann in den 20er, 30er Jahren an. 1928 hatten wir noch unsere alte boryatische Schrift, die von oben nach unten geschrieben wurde. Danach ist dann unsere Schrift abgeschafft worden. Die Verfolgung der Religionen und Zerstörung ihrer Symbole wird stolz als kultureller Fortschritt im Film festgehalten. Innerhalb weniger Jahre versucht man so etwas zu zerstören, was über Jahrhunderte tief in den Menschen verwurzelt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Der nordöstliche Teil Sibiriens. Im Winter herrschen hier über 60 Grad Minus, fegen Stürme mit 150 Kilometern in der Stunde übers Land. Dezhnev, der eigentliche Entdecker der Wasserstraße zwischen Asien und Amerika, zog vor fast 300 Jahren durch das Gebiet des Kolima. Jetzt, Anfang 1930, ziehen wieder Expeditionen in das weite Land. Moskau will die enormen Bodenschätze des Kolima an Gold, Blei, Zink, Zinn für die goldene Zukunft des Kommunismus ausbeuten. Am Anfang sind es noch Freiwillige, die die ersten Häuser bauen. Aus einer kleinen Fischersiedlung wird Magadan, die Hauptstadt des Polizeibezirks Kolima. Es ist der Beginn des Archipel Gulag. Das elendste Kapitel der sibirischen Geschichte beginnt. Während in Magadan noch Häuser für die Bewacher gebaut werden, rollen bereits die Züge mit den Gefangenen zur Ausbeutung der Schätze Sibiriens. Wie eine Krake breiten sich die Gefangenenlager des Geheimdienstes über das Land aus.